Musik Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen wieder mal zu einer weiteren lustigen Runde, sage ich jetzt einfach mal Payday. Okay, diesmal mit einer Stammgruppe, würde ich sagen, und stellt euch einfach mal alle vor. Moe. Guten Tag! Mahlzeit! Man sieht schon unten Nerox, Pada und Bane. Nein, das ist nicht Nerox, das ist ein Faker. Das ist ein Faker, ach Nerox, müssen wir... Das ist ein scheiß Faker immer. Ehrlich mal, gleich kicken hier. Genau wie Pada Games ist auch ein Faker. Ja, ich bin auch ein Faker. Und ich bin nicht Bane, ich bin Nubi Rilla. Danke! Ist ja auch Wurst. Genau. Ich muss jetzt mal meinen Steam-Namen ändern. Ja, lass mal starten. Ja, ich starte hier, Schwinden. Ich bin mal gespannt, was jetzt da raus wird. Ja, bin ich auch. Weil Stellarate auf Todesmute ist schon ziemlich krass. Ach, das ist die Mission. So, ab bei 15 Sekunden drücken wir alle auf F. Was ist ein F? Eine Taste. Verdammt. Und jetzt. Okay, Hammer. So, verdammt, ich hab nicht gedrückt. Nein. Man sieht's ja unten. Es wird ja angezeigt. Was? Glücklicherweise. Mal starten los. Starten los. Oh, Neo, es rennt schon vor. Wir können erstmal die Kanalisation unsicher machen. Ich bin schon fast auf dem Cameroon. Und der Taste ist schon dauernd. Ich mach, ich mach. Ich mach schon, ich mach schon. Ihr habt mich geschubst. Alter, wieso geht das nicht? Taste Gaming Center, was? Ja, ich bin wieder am fehlen. Das ist's. Immer dran denken. Ich bin von uns beiden der Mastermind. Ja, ja, ja. Lauer, kein Scheiß. Was? Willst du dich mit mir matchen oder was hier? Es gibt ja kleinen Tomahawk, ey. Fams auf. Wollen wir die Rüstung auch klauen? Natürlich. Wir wollen alles klauen. Auch die Artefakte. Ich will alles haben. Kannst wieder nicht genug bekommen. Wir wollen sogar Pater's Unterhose klauen. Die hab ich schon. Oh, das wird aber schwierig. Die hab ich schon. Oh, die ist doch schon in meinem Zimmer eingeladen. Ich guck mal schon zu hoch. Ihr könnt ja noch das letzte Ding aufschweißen. Ich geh mal hier hinten. Oh, da hier oben steht einer bei mir. Soll ich den ausschalten? Ne, Rox? Äh. Boah. Den du grad markiert hast? Äh, ne. Kommt jetzt schön zu mir. Okay. Ich bin aber schon drin. Ach, der ist auf dem Dings. Okay. Ich soll jetzt zu dir kommen? Ist das dein Ernst? Ich bin grad woanders. Ne, brauchst du nicht. Du kannst ja auch da unten bleiben. Ach, du bist schon in deinem Lager-Dings da? Boah, ich bin schon voll drin, ja. Ich bin halt Ghost. Ich klau schon mal die ersten Waffen. Soll ich sagen? Ich bin halt Pro-Ghost. Also, wir haben bisher zwei Leute getötet, ne? Okay. Dann haben wir nur zwei. Die ersten Waffen liegen schon unten. Zur Info. Haben wir die Crowbar schon, ne, gell? Ich hab eine. Okay. Können wir die dann alle nutzen? Ne? Nein, ne. Oh ja. Nein. Okay. Wir haben jetzt gleich die coole Mülltonne. Ich fang schon mal an, was wegzubringen. Oh, hier ist ne Wache. Ja, pass auf. Erschieß ne, erschieß ne. Das war's. Das war's. Ich hab ihn... Ähm. Hast du gut gemacht, Dave. Ich hab ihn noch auf dem Kopf. Also, ich hab doch... Ich hab... Ja, du hast aber kein Schall-Dämpfer drauf. Ich hab ein Schalli drauf. Echt? Ja. Komisch. Aber gut, das schaffen wir jetzt sowieso nicht. Ich hab ein ECM-Jammer, aber das... Äh, normal? Normal, oder? Ja. Oh, das muss man uns umbringen lassen. Ah, ne. Geht's gleich automatisch. Bam, badam, bam. Also, meine Schuld ist auch nicht. Ja, Leute. Wie ihr's gesehen habt, Dave fällt mal wieder. Also, eigentlich bin ich hier der Noob, ne? Also... Ja, ich hab dich jetzt gerade mal abgelöst. Nein, wir haben Dave dabei. Der ist noch schlimmer als du. Kano ist Kano ist schlimmer als ich. Da kennst du mich nicht. Tranzen vormachst. Oh, ja. Wer ist'n das? Weiß nicht. Boah, wer schießt'n da auf uns? Warte? Das ist die Killertranze. Ah. Stommerhaken. Diet. 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 Pader, über dir! Ein dreiköpfiger Hund. Töte ihn! Was, ein Cervo ist wo? In deiner Unterhose. Ja, 100% ne? Hier, zieht's euch rein. Ich hab nur mit der Knarre geschossen. Boah, jetzt haben wir was das Pro Gaming, ne? Ich wollte nur mal zeigen, wie man's halt nicht macht. Genau. Ich bin nur eigentlich überall schnell wieder offen. Ja, ja, genau. Die Seite müssen wir ja auch zeigen. Richtig. Wir können ja nicht immer zeigen, wie gut wir sind und so. Okay, Pader war schuld. Na, war ich! Pader ist immer schuld, wenn man schiebt. Das ist eine schamlose Lüge. Machen wir mal wieder 15 Sekunden? Jo. Ich kann auch jetzt. Oder jetzt. Oder jetzt. Vielleicht auch jetzt. Ruhe! Ruhe! Ich muss mich konzentrieren. Nice, hat er geklappt. Wenigstens hat das funktioniert. Äh, ich glaube, ich glaube, Dave, da war ne Kamera oben, wo du den Typen erschossen hattest. Das war das Problem. Echt? Ja. Hab ich noch nicht gesehen. Glaube ich schon. Jo, flieg nicht schon wieder rein, Dave, ne? Danke für die Warnung. Oh, jetzt wär ich fast reingeflogen. Super. Super. Ja. Wird das auch geil gemacht, dass wenn das Zeug gleich noch glüht, dass man ja einfach durchrennen kann. Naja, das ist Silvester-Raketen hier. Ja. Sehr realistisch. Vor jedem Andacht und Zuschauer von Dave's eigenen Kanal, auf meinem Kanal wird das übrigens nicht erscheinen, wir spielen Plus mit. Aber Payday kommt ja auch bald. Ja, ja, bei mir. Ja, ja. Aber dann mit unserer Gruppe rutschen, ne? Wir sind wohl nicht richtig, oder was? Nee, dann hier mit Vitya, also Undead und Marcy und Papa. Da kann Dave und Neross, die können aber auch gerne mal mitmachen. Ja, klar. Wir können mal als Gäste reinspringen. Ja, wenn ich euch die Aufnahme versauen soll, gerne. Ach, Quatsch. Okay, also wir haben schon mal einen weniger. Arschloch. Immer wieder, Gaben. Ich bleib einfach hier unten stehen. Das ist die beste Möglichkeit. Ja, genau. Bleib erst mal da unten. Ich bin kein Arschloch. Der war schon wieder die Crowbar, ey. Wo hast du die so schnell schon wieder her? Na, an meinem Stammplatz. Wo ist denn die eigentlich immer in den Containern drin, oder nicht? Nee, unten im Tunnel liegt einer. Echt? Ja. Wusste ich gar nicht. Sag ich, ich stehe gleich. Oh, hier. Dave, hier kannst du schon mal was wegbringen ans Auto. Sehr nett. Oh, hier ist ein, bei mir ist ein Wachmann. Jetzt, jetzt habe ich gefehlt, ey. Dave, schmeiß das Ding weg und komm her. Bei mir ist ein Wachmann. Jetzt seht ihr mal, dass nicht nur Dave runterfallen kann. Aber ich kann das ganz gut. Immer diese Nachmacher. Wie viel hast du schon erschossen? Oh, bei mir sind gleich zwei Wachmänner. Nein! So, bitteschön. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Entschuldigung. Komm schon, komm schon. Ich habe gerade ECM-Schäumer reingesandert. Ich habe... Hört ihn. Das war's. Ey, das sind diese... Das sind diese richtig fett gepanzerten. Na, da kannst du auf den Kopf zielen. Das funktioniert absolut nicht. Okay, ich würde sagen, wie wir... Äh... Derox macht das jetzt. Das nächste Mal. Ja. Wartet einfach, bis ich meinen Job fertig gemacht habe und dann komme ich. Genau. Erscheinen reicht auch. Nein, ich komme. Hast du ein Problem damit, du Spacko? Ja, habe ich damit. Das ist dann alles weiß. Dann geh weinen. Geh weinen, Alter. Ne, weinen trinke ich nicht. Und denkt dran, macht den Autoschaden aus, ja? Boah, hör auf mit dem Autoschaden, ey. Boah. Finde Qualle, Alter. Du mich auch, Penner. Habt euch lieb. Echt mal. Und wenn es so weitergeht, Jungs, nehmt euch ein Zimmer, bitte. Willst du mitmachen? Ne, danke. Ich bin glücklich vergeben. Ne, Pater, wir bleiben hier. Genau. Hier brauchen wir keine Angst. Ne, guck mal, Pater. Ich habe für uns beide sogar Geld mitgebracht hier. Also, wir beide können uns absetzen von den anderen. Super. Äh, Pater? Ja? Möchtest du mal einen richtigen Hasen sehen? Nein. Dann, dann mach weiter, so. Weil Bane wird dir einen richtigen Hasen zeigen. Bane wird dich nämlich noch vergewaltigen. Ich glaube, ich hoffe nicht. Dann wird mir eBay verkaufen. Okay. Und dann wird dich Transformers kaufen. Ne, ist nicht Transformers, sondern dann ist Transformers. Aber good job, everybody. He did it. Okay, also, ich werde jetzt carryen. Das heißt, die Kohle zurückbringen, die Nerux. Im Kanal runterschmalz. Und dann gehen wir. Ich werde jetzt sagen, wir rushen auf Alank. Und dann gehen wir in die Kassels. Genau. Man kann nur sagen, so, liebe Leute von Daves Kanal. Wir zeigen euch jetzt im dritten Mal, wie es nicht geht. So, klingt vielleicht besser. Das waren jetzt schon zwei Varianten, wie man es nicht machen soll. Jetzt zeigen wir doch die dritte. Sollte ich jetzt mal vorstürmen? Äh, wo ist der Kopf? Hier, bei mir. Ach da. Ach hier. 15 Sekunden. Wenigstens das funktioniert. So, jetzt machen wir das ein bisschen anders wie sonst. Ein bisschen anders wie sonst. Also vorstürmen. Ja, am besten, ihr geht immer von der Seite rein, genau. Da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Also man hat selbst Gaming Center. Schnauze da drüben. Weil wenn ich das jetzt aufgenommen hätte, hätte ich jetzt schon zum dritten Mal dieselbe Stelle. Ja. Lauf, ich will durch das Gitter, komm. Gitter. Guck mal, ich bin schon wieder eine Breschstange. Ja, diesmal gehe ich nicht da hoch. Guck mal, ich bin schon wieder jemanden getötet, um die Kameras auszumachen. Naja, es hat schon wieder eine Schlüsselkarte gekriegt. Mhm. Wiederholungstäter, ey. Der heckt doch, ey. Jedes Mal der Sechstange. Definitiv. Sowieso. Ja. Machst du hier drüben da auf? Äh, äh, ach ne, ich hab ja noch eine Breschstange. Ja, du hast ja, der, ne, 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 ne. Mach mal, Pader, du hast diesmal geschlagen. Kannst auch mit dir selbst reden, du ist nicht. Ich geh erstmal hier hinten nochmal schnell den Container abchecken. Bane? Ich wurde bisher noch nicht entdeckt, also das müssen Ruhe. Noch. Der Noob, der Noob kann das Spiel, ein bisschen. Da müsste ich ja Pro sein. Wo ist der drinnen? Der ist drinnen, okay. Aber wir warten jetzt mal kurz, Dave hier. Ich wart hier einfach, ja. Genau, damit musste ich vermasseln, wieder. Als Strafe. Müssen wir jetzt hier unten bleiben. Ich hoffe, dass die Jungs hier mal ein bisschen was runter schmeißen. Ich hab schon was gefunden, schon eine Geldtasche. Die liegt draußen, oder was? Nee, die bring ich gerade durch die Kanalisation mit, natürlich. Sind das Leichensäcke hier, von Erox, die hier rumliegen? Nein. Dann geh ich mal kurz lunzen. Hier, Dave. Ich hab was für dich. Da ist eine Kamera, da kommt man nicht lang. Da ist ein Geldsack. Du weißt schon, dass die Camps aus sind. Ach, hast du schon ausgemacht? Kürzlich. Ja, was soll ich denn das wissen? Ich bin doch kein Amateur, Alter. Dave, was ist denn du? Oh, da ist ein Dings. Das ist ein Wachmann. Aber Dave, ich bring dir jetzt mal ein paar Täschchen. Nein. Ja, ich hab schon gerade einen auf dem Rücken. Oh mein Gott, was war denn das? Pader, warum bringst du die Taschen dorthin, wenn du hier die Mülltonne hast? Ach, wir haben die Mülltonne? Da war aber ein Wachmann. Da war ein Wachmann. Ja, Vorsicht. Ich entsorge doch nur den Müll. Ja, lass mich. Ich hab mich aber irgendwie gerade verrannt. Ja, ja. Das ist typisch bei dir, Dave. Wo muss ich denn jetzt lang? Rück alt in der Vier, da bekommst du Bonuswaffen. Du kannst mich am Arsch lecken, kannst du mich? Den einen Sack ein bisschen daneben geschmissen, oder? Oder werden die so blöde angezeigt? Die werden auch so drauf angezeigt. So. Ja, super. Ich... Oh Gott, nein! Bin sogar so blöd, dass... Was seid ihr überhaupt alle Jungs? Ich bin gerade unten. Ich geh wieder runter. Ja, ich bin nämlich hier... Oh fuck, das shit, bei mir kommt was. Alter, ist fast meine Rübe getroffen. Läuft. Machst du jetzt noch einen Art of Fak drunter? Was kann Dave mitnehmen? Oh, bin schon auf dem Weg. Das ist Nerox, hey Nerox, guck mal, von wo ich komme. Das ist nicht hübsch? Mhm. Sehr schön. Bin wieder lahm, wie eine Ente. Biss auch in Real Life. Halt die Klappe. Na, cool, oder heute, der Nerox, ey? Das ist immer so. Das ist nix neues. Jungs, ey, ihr disst euch, nehmt euch ein Ziel. Oh 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 Den kriegt keiner da oben Okay, killen kann ich ihn aber, das wars Oder auch nicht, den Nerox regelt Gut Nerox, ich habe in der Sicherheit noch einen ECM-Jammer hingesnackt Leiner bringt nur nix, Leiner unterdrückt nicht die Page-Antworten Natürlich Nein, weil du das scannen musst Echt? Einer muss mal hochkommen aufs Dach, ich habe keine Leichtensäcke mehr Und da kommt ein Heli mit einem Container Wenn ich dir jetzt sagen, ja ich muss mal gucken wo es hoch geht hier Da oben auf dem Dach war ich noch nie Bin ein Noob, 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 bin ein Noob, Noob, bin ein Noob, Noob, bin ein Noob, 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 bin ein Noob, Noob, Noob Sagst du ja noch 10 mal? Ja Haben doch nicht alle verstanden Was, das ist ein Noob Bin? Ja Watt bist du? Bin ein Noob, Noob, bin ein Noob, 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 Noob Ah, verstehe Okay, dann warten wir mal Bist du ja nur neidisch, weil du kein Kanal-Jingle hast Nee, gar nicht, nee Gutes Argument, komme ich nicht dagegen an Was? Boah, aus tiefster Seele Ausgedacht Mit deinem Zweitkanal, Dave? Was ist mein Zweitkanal? FL, Dave? Ja, er ist ein bisschen inaktiv letzter Zeit Du musst mal mehr Mocke machen, Alter Ja, ich kann ja nicht Was machst du für Mocke? Gib mal die Leiche ran, Bane Klar, ey Ich mach grad Türen So ein bisschen Techno-Zeug und Räuches Zeug Je nachdem Ja, ich kann überall reingehen Ich kann alles Worauf ich grad Bock hab Pfff So macht mal ein bisschen schneller hier oben Ja, es ist kalt Es stinkt hier Ich steh neben Bader Das stinkt Was? Das find ich grad gute Voraussetzungen Wie viele haben wir denn jetzt schon getötet, Jungs? Ja, man weißt so nicht Ich steh neben dir Das riecht unangenehm Danke für die spielrelevante Antwort Hä? Ich glaub wir haben Wir haben uns getötet insgesamt Vier, oder? Müssten jetzt schon Viere sein, nehm ich an Ist das sicher? Ne, sicher nicht, ne Ihr habt ja die Leute getötet Nein, 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 nein Ich lass das doch einfach da oben Oh Ja, dann töt ihn jetzt Soll ich jetzt mit der Mit dem Was ist Mach die hier oben Mach die hier oben Good job Das war's Oh Leute Alter, das wohl Alter, da geht mal gar nicht krachen hier Ey, du glaubst gar nicht wie viel der gefressen hat Ich hab mal gesagt, geht da oben nicht lang Ich bin grad dabei gewesen abzuhauen Von da oben Ja, aber du siehst ja Make sure you're in it Ja, ne Er ist reife abgehauen in Erox Und hat mich allein gelassen Was soll ich machen? Irgendwie muss ich ja hier rauskommen Wenn er mich allein lässt, oder? Irgendwie muss ich einfach gehen Äh, du hast doch gesehen, wo lang ich gegangen bin Also hättest du auch dort lang gehen können Woher soll ich denn das gesehen haben? Ich zock hier nur mit Noobs Ja, ich bin ja ein Noobie Ja, also bitte Damit hättest du dir Also das hättest du eh überlegen sollen Bevor du sagst Ey, nimm's mit mir auf Ladies and gentlemen Komm, Dave, wir brennen durch Wir brennen durch Schnapp dir das Geld Vater, komm mal her Artifakt Guck mal hier, was der liegt Ah, hier ist die Mhm Okay, die hab ich nie gesehen, Alter Aber dankeschön Ja, du brauchst's auch nicht mehr Ja, aber nächstes Mal Ich geh baden Ach, verdammts klappt nicht Zum dritten Mal gezeigt, wie's nicht von geht Ach, das ist da, da, da Jedes Mal wär anders Das nächste Mal Sneerocks dran Jupp Ehrlich mal Gut, wir sind bei 20 Minuten gleich Ladies and gentlemen Sie haben soeben eine Noobigkeit herausgefordert Ihr müsst euch auch laden, den Part, oder? Doch, will ich denn Denn der wird definitiv hochgeladen Warum? Ja, um zu zeigen, wie's halt nicht geht Dreimal nacheinander Ja Das kann nicht jeder Von daher, ich beende die Aufnahme und, äh Habt ihr noch irgendwelche Worte? Ähm Du hast es so gewollt Nein Hart und dreckig, genau so wollte ich das Ich esse ein Stück Kuchen, soll ich schön schmatzen? Nee, 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 lass lieber Boah Lecker Boah Gut, wir sehen uns also, bis dahin Tschüss Toodaloo! Wiedersehen!